Bei mir zu Gast ist jetzt Werner Angermüller. Er ist Kurdirektor von Bad Königshofen und Geschäftsführer der Frankentherme. Herr Angermüller, was würden Sie sagen, Sie als Kurdirektor, was macht denn die Badeseenlandschaft im Grabfeld besonders? Ja, wir haben zwei sehr schöne, naturnahe Badeseen in Irmelshausen, in Irmelshäuser Badesee und in Sulzfelder Badesee, die auch interessante Angebote machen und Wasserattraktionen bieten. Aber der Besondere, denke ich, ist der im Hintergrund zu sehende Mineralheilwassersee, der Frankentherme Bad Königshofen, unser Heilwassersee, der mit reinem Heilwasser gespeist wird. Das ist der erste seiner Art in ganz Deutschland. Was hat das denn für eine besonders heilende Wirkung? Ja, dieser Heilwassersee ist tatsächlich einzigartig in Deutschland. Hier wird reines Mineralheilwasser hier aus Bad Königshofen eingespeist. Das Wasser wird voll biologisch aufbereitet, das heißt, wir verwenden kein Chlor. Und ist eine tolle Attraktion mit den vielen Wasserattraktionen, die man da sehen kann im Hintergrund. Aber darüber hinaus wohltuend, gerade bei Erkrankungen im Bewegungsapparat, der Gelenke, entzündliche Erkrankungen und vor allem wohltuend für die Haut. Ab Ostern kann man jährlich hier in diesem Naturheilwassersee, aber natürlich kann man auch das ganze Jahr in der Frankentherme schwimmen gehen. Was es im Inneren alles zu sehen und zu erleben gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Frankentherme in Bad Königshofen vereint Gesundheit und Erlebnis unter einem Dach. Das 32 Grad warme Mineralheilwasser-Großbecken im Inneren des Familienbades bietet mit Wasserpilz, Warmsprudelbecken und Massagedüsen viele Möglichkeiten zum Relaxen. Abwechslungsreich entschlacken können die Besucher im finnisch-fränkischen Saunadorf. Acht verschiedene Saunen stehen hier zum Gesundschwitzen bereit. Der Urlaub vom Alltag kann dann mit wohltuenden Massagen im Wellnesscenter oder einem Solariumbesuch abgerundet werden. Auf die Kleinsten wartet ein Erlebnisbecken, das zum ausgiebigen Rutschen und Planschen einlädt. Rassanter geht es auf der Riesenwasserrutsche zu. Egal wie man ins erholsame Nass eintaucht, die Erfrischung ist garantiert.